Herzlich willkommen bei Made in Germany, der Whisky-Podcast mit Whisky Jason, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners und mit mir, mit dem Marc von Alles rund um Whisky. Mich freut es, beziehungsweise uns freut es natürlich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zu unserer aktuellen Episode. Wir haben verdammt geiles Zeug für euch aus dem aktuellen Monat und wir haben einen super spannenden Gast heute. Wir haben Georg Schrammel von Stonewood hier und der wird euch erklären, was es mit der ältesten Whisky-Distillerie zu tun hat, was es mit vielen bayerischen Akzenten im Whisky auf sich hat und wieso ein Stonewood denn schmeckt. Ich freue mich riesig drauf, nur vorher. Vorher haben wir noch ein paar Neuigkeiten und wir haben noch Werbung, Jason. Von wem haben wir denn Werbung? Ja, die Jungs da, Mädels von Sauerland der Edelbrennerei. Thousand Mountain Whisky. Hi, hier ist Thomas Lesnjowski, einer der drei Jungs aus dem Sauerland von der Thousand Mountain German Whisky Distillery. Heute mit den besten Grüßen zu der neuesten Folge Made in Germany, der Whisky-Podcast, zusammen mit Marc und Jason. Und ich glaube, ihr habt heute einen richtig geilen, lustigen Gast. Das ist der Gregor Schrammel aus dem Steinwald, ein sehr guter Freund von mir. Wir wünschen euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Ja, nach unserem Werbe-Jingle wollen wir uns jetzt endlich mit den Neuerscheinungen des aktuellen Monats beschäftigen. So unter anderem hat Heiligen Bergfeld aus der Heiligen Bergfeld Distillery Bavarian Single Malt Whisky Petro Jimenez Sherry das Cask No. 11 rausgebracht. Sehr viel an Namen, sehr lange Worte, sehr lange Wortfindungen. Heiligen Bergfeld Distillery Bavarian Single Malt Whisky Petro Jimenez Sherry Cask No. 11. Wow, mit 57,9 Volumenprozente. In der Halbliter Flasche bekommt ihr das Ganze für 79 Euro. Der wurde 2020 destilliert und dann abgefüllt 8 2023. Und es gibt nur 406 Flaschen. Und ich kann euch sagen, der hat schon mal sehr, sehr, sehr begeistert auf dem letzten Festival bei Monika Pummer im Frühjahr. Dort waren die als Aussteller und ich bin sehr gespannt, was von dort kommt. Viele sagen, ist noch ein bisschen jung, lasst denen noch ein bisschen Zeit, dann wird das richtig mega. Und die anderen sagen, ich bin total geflasht. Ich bin auch geflasht schon, ist schon gut. Was hast du neu ist, Jason? Dann gehen wir dann Richtung Norden jetzt hier. Der Freesian Single Malt Whisky Distiller's Cut, auch halbierte Flasche, 54,1%, 99 Euro, unfiltriert, ungefärbt. Was haben wir jetzt hier? Wir haben 490 Flaschenwänder, wir haben Ex-Jack Daniels Fässern, Neu-Amerikanische Eichenfässern und Ex-Petro-Hemmene, sowohl als auch Ex-Oloroso-Scheri-Fässern dann da. So, wir haben, wir sind auf der Nordseeinsel Föhr. Und dort sind wir bei Familie Hinrichsen. Die haben seit 1630 dort ein landwirtschaftliches Betrieb. Und im Laufe der Zeit haben sie immer wieder einfach mal die Anforderungen der Zeit sich angepasst. Und als erster Betrieb auf der Insel Föhr haben die jetzt hier den Traum von der eigenen Whisky Distillerie verwirklicht. Und alle verwendeten Rohstoffe stammen aus dem Hof oder vom Insel. Das heißt, alles an der Getreide kommt dort her. Ja, das finde ich echt richtig cool. Und da freue ich mich auch da ein bisschen was von denen zu probieren. Ja, und ich habe mal wieder was Schwäbisches Neues. Ja. Von der Bitz Single Malt Whisky Distillery. Die haben ein PX Single Cask rausgebracht. Die 0,7 Liter Flasche mit 46 Volumenprozenten für 49,95. Der Whisky lag drei Jahre und sieben Monate im Fass. Von Mai 2017 bis im Dezember 2021. Und wie gesagt, ein PX Sherry Fass. Und das ist natürlich eine limitierte Abfüllung, wenn es ein Single Cask ist, selbst sprechend. Und diese Distillerie ist halt interessant, weil die wirklich auch schon sehr alt sind. 18,95 wurden die das erste Mal erwähnt, beziehungsweise wurde das erste Mal gebrannt. Und der Urgroßvater hat hier in Waldstätten dann mit der Distillerie angefangen. Es gibt sehr, sehr, sehr besondere historische Geschichten, die wir aber vielleicht heute nicht erwähnen, sondern die sparen wir uns noch ein bisschen auf, wenn wir die Bitz Distillerie vielleicht hier auch mal zu Gast haben. Was wichtig ist, die Rohstoffe sind natürlich regional und vor der Verarbeitung wird natürlich auch alles nochmal auf Qualität überprüft. Es wird mit Bio-Hefe gearbeitet, Kaltmaische-Verfahren wird erwähnt. Sehr interessant. Ich hatte auch schon mal ein Bitz Tasting online. Das war auch sehr interessant und ich freue mich drauf, wenn wir dort dann mal jemand hier bei uns begrüßen dürfen. Du hast wieder was ganz Interessantes gefunden, Jason. Das habe ich noch nie gehört. Lass mal hören. Okay, die waren auf das zweite deutsche Whisky-Festival jetzt hier. Die waren auch dann zum Verband. Pittermann, die kommen aus Köln. Die waren auch gerade jetzt hier am Wochenende bei der, was war das, der sechste, siebte jetzt hier Whisky-Messe im Wuppertal. Pittermann, Unchained. Und es gibt ein Triple Oak Rye Whisky. Also man kann den auch dann in 0,2 bekommen mit 40% für 26 oder 50. Oder man kann auch dann dort dann tatsächlich eine, nicht der Triple Oak, sondern der heißt dann einfach nur Rye Whisky, weil das 90% Roggen, 10% gemäß der Gäste da so ist. So, wenn wir zurückgehen jetzt hier zu unserem Triple Oak. Das ist der, die sagen, der erste Rye Whisky aus Köln. Ein dreijähriger Rye Whisky, 90% Roggen, 10% gemäß der Gäste. Und die haben ein Bourbon-Fass aus der Brennerei Woodford Reserve in Kentucky. Die haben ein neues Eichen-Fass dann dort. Und die haben ein neues Fass aus europäisches Eiche. So, ja, einmal Virgin Oak und einmal dann da diese Triple-Cast dann da zusammen. 0,2 ist klein, aber fein für 26 oder 50 kann man sich das überlegen. Irgendwann besuche ich die Jungs dann da. Mit Peter habe ich da auch am Wochenende gesprochen. Und wir machen einen Termin, dass ich vorbeikommen kann mit der Kamera. Bin ich gespannt drauf. Ich habe was für unsere Pete-Heads. Die Nordic Edelbrennerei Elb Valley, 8 Jahre Whisky Pete-Heads. 0,7 Liter mit 42 Volumenprozente für 80,50 Euro. Gibt es dann auch kleiner in 0,35 und 0,1. 42,50 und 16,50 dann für die jeweilige Abfüllung. Und hier haben wir, ja, den Rohstoff. Der Rohstoff ist eine Gerstenmalzmischung in verschiedenen Röstungsstufen und getorftes Gerstenmalz. Elbe Valley Whisky Pete-Heads wurde 8 Jahre in unterschiedlichen Sherryfässern gelagert. Destilliert wurde er im März 2015 und abgefüllt dieses Jahr im März. Hört sich ja interessant an, weil Pete-Head und Germany... Und 8 Jahre? Ja. Ich hätte gerne gewusst, welche Sherryfässer, aber naja, gut. Mehr Informationen konnte ich nicht finden. Dann gehen wir weiter zu einer Breiverei, was ich bisher gar nicht auf dem Schirm hatte. Dayhek Golden River, deutsche Single Malt Whisky 0,5. 45% für nette 39 Euro. Und der Single Malt Whisky kommt aus Rheinland-Pfalz, ist vier Jahre in Sherryfäss gereift, abgefüllt aus Einzel-Single-Cast, also einen einzigen Fass denn da. Und die benutzen tatsächlich lokale, rein hessische Gerste und Quellwasser da aus der Tiefe unter der Donnersberg. Man könnte, ich glaube, werbetechnisch viel daraus machen, wenn man möchte, ja. Mit Sicherheit. So ähnlich habe ich ja hier auch was, nämlich den Faro Feingeist 2017 bis 2021. Der wurde in der Halbliterflasche mit 42 Volumenprozente abgefüllt und kostet euch 66,90. Und hier handelt es sich um einen deutschen Whisky aus regionaler Bio-Gerste. Und ja, die machen alles anders wie alle anderen, wie natürlich alle anderen auch alles, alle anders. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Für das Darren des Malzes werden Torfs aus Norddeutschland verwendet und destilliert wird auf einer 1.000 Liter Kupferbrennblase, die mit Holzfeuer beheizt wird. Und dann wird mindestens vier Jahre in eigens angefertigten Fässern in der Barrikgröße, also von ungefähr 225 Liter, aus Schleswig-Holsteinischer Eiche gereift. Und die machen wiederum dann, beziehen sich auf die Gründung des Gut Basthorst bei Hamburg. Und das geht aufs Jahr 1278 zurück. Und in einem der mehr als 30 Gebäude auf diesem Gutshof hat auch die Brennerei Feingeisterei ihr Zuhause. Martina und Fabian Rohwasser haben dort seit 2013 ihre biozertifizierte Edelspirituosenbrennerei gegründet oder haben die dort bestehen. Und die strengen Qualitätsstandards unterliegen 100% Handarbeit, 100% natürliche Komponenten und ja, die machen da einen ordentlichen Job. Das Gut Basthorst, wenn ihr das in Bezug auf Whisky schon mal gehört habt, da kann ich aus dem Nähkästchen plaudern. Dort war und ist die Deutschlandzentrale von Magmöra, vom schwedischen Whisky. Und dort ist die Brennerei Feingeisterei. Ja. Warum nicht? Interessant, diese Whisky für 66,90 Euro gibt es bei whisky.de. Allerdings, wenn man zu deren Online-Shop hingeht, der Brennerei Feingeisterei, steht da der Preis von 69,90 Euro. Und da steht ganz groß darunter, bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der limitierten Stückzahl grundsätzlich pro Person nur eine Flasche Whisky versenden. Also, ich finde das irgendwie krass. Also, ja, hier bei uns kriegen Sie nur eine Flasche. Bei whisky.de konnte ich 40 bestellen. Naja. Wahrscheinlich, weil so viel an whisky.de ging, haben Sie selber nicht mehr so viel. Das ist eine Möglichkeit, keine Ahnung, aber gut, gut, gut. Es ist immer doof, wenn der eigene Preis höher ist als beim Online-Shop, denn woanders. Aber Jason, du hast noch was Neues von jemand, der immer viel hat. Also, ich glaube... The Mistress of Distilling, wie heißt sie? Ja, genau. Wie heißt Anna denn da online? Ich glaube, Anna ist eine der Spitzenreiterinnen mit Neuabfüllungen in unseren Podcasts, oder? Also, ich glaube, sie war immer mit dabei. Ich glaube, Running, also, Konsequenz, jeden Monat ist irgendeine dabei. Die Alric, jetzt hier Amorona-Cask 2023, 0,5 Liter, 52,3 für 131,50 Euro, ein Whisky.de exklusiv. Und hier stammt es natürlich hier aus dem Harz, aus der Hammerschmiede. Und der Single-Mode greift den erstbefüllten Amorona Hogsheads, weder kühlgefiltert noch gefärbt. Und die Amorona-Reservefässern werden das Gebiet dann dort in Norditalien, dort bei der Stadt Verona, dann dort ausgesucht und kommen dann da hier für die Reifung zum Einsatz. Also, das ist natürlich ein Hammerding, denke ich. Wer Amorona liebt, der wird da mit Sicherheit fündig, weil wir wissen ja, dass aus dem Harz immer sehr, sehr gutes Holz kommt. Also, die Holzauswahl ist immer mega. Ja, gut, das waren die Neuerscheinungen, die wir gefunden haben jetzt hier für September 2023. Wir werden gleich ein bisschen Werbung hören von St. Kilian und dann kommen wir zu unserem Hauptthema. Servus und hallo, liebe Whisky-Freunde. Hier ist Mario Rudolf von St. Kilian Destillers. Ja, es ist Sommer, es ist immer noch heiß draußen. Genießt unser Signature Edition 11, ein wahrlich toller Sommer-Whisky. Sanfte Rauchnoten durch unseren Reflux-Kondenser und Jack-Dangels-Fässer, die eine schöne Spritzigkeit ergeben. Probiert unseren Signature Edition 11. Servus. Ja, und von St. Kilian in Rüdenau machen wir nun eine Reise, ja fast einmal quer durch Deutschland und werden in der Oberpfalz heute fündig und haben unseren Gast heute hier, den Gregor Schrammel. Gregor, ich begrüße dich recht herzlich zu unserer aktuellen Episode unseres Podcasts und würde dir einfach direkt die Vorstellung überlassen. Erzähl uns doch mal, warum wir heute mit dem Gregor Schrammel einen Podcast machen, bei dem es sich um deutschen Whisky dreht. Hallo, jetzt war ja auch, ist mir auch eine große Freude bei euch zu sein heute Abend. Da freue ich mich drauf, nachdem wir da wirklich geschafft haben, jetzt einen Termin auch zu finden. War gar nicht so einfach, ne? Warum ihr mit mir heute einen Podcast macht, das wisst ihr natürlich selber am besten. Also wer verrückt genug ist, mit mir zu reden, hat wirklich, möchte was vom deutschen Whisky wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ja, ich bin halt einer von den Leuten, die den deutschen Whisky nicht nur nach vorne bringen wollen, sondern halt einfach in Deutschland Whisky herstellen, jetzt namentlich bei uns natürlich in Bayern. Stonewood Whisky, Stonewood Destillerie in der Brennerei Schrammel, das machen wir ja schon sehr lange. Wir machen tatsächlich Whisky schon seit 1954. Die Brennerei selbst gibt es seit 1818 hier in Erbendorf in Nordostbayern, das kennt man gar nicht so gut. Die Gegend ist zwischen Bayreuth und Weiden, Regensburg, so im Nordosten. Wir sind also umzingelt von Franken und Tschechen. Eger ist 30 Kilometer weg, Marktredwitz und auch Bayreuth und genau in der Mitte sind wir. Im Steinwald, deswegen nennen wir unsere Whisky Stonewood und da brennen wir jetzt, ist ein Familienhandwerk. Also ich repräsentiere hier die sechste Generation. Das ist also jetzt keine, wir sind jetzt weder Start-Upper, noch hatten wir jetzt besonders gute Ideen, sondern wir waren mal eine Kornbrennerei ursprünglich und sind dadurch irgendwann auch in das Whiskybrennen reingeraten, mehr oder weniger. Also das war jetzt keine Absicht. Wer 1954 absichtlich Whisky brennen will in Deutschland, der muss eigentlich einen an der Waffel haben. Das war dann wirklich keine Absicht, weil das wollte auch damals keiner. Ich kenne die Geschichten von meinem Vater immer, der irgendwann gesagt hat, nee, damals haben sie gesagt, Schlamel, du spinnst doch mit deinem Whisky da in der Oberpfalz. Das wollen wir nicht. So nach dem Zweiten Weltkrieg war das nichts, was die Leute wollten. Aber wir waren eine Kornbrennerei und irgendwann mal, schon viel früher, wurde angefangen, Kornbrand in Limousin-Eichenfässer einzulagern, in Kognakfässer einzulagern. Kognakfässer waren immer da, es wurde neben den eigenen Bränden auch Handel betrieben. Im 19. Jahrhundert war das alles immer nicht ganz so einfach mit dem wirtschaftlichen Überleben. Da wurde auch fassweise Kognakfässer gehandelt, so auf dieser Achse Frankreich-Bayern, Österreich-Ungarn. Und irgendwann ist mir einer auf die Idee gekommen, das ist nicht mehr bekannt genau, warum eben in ein leeres Kognakfass Whisky einzulagern oder Korn einzulagern vielmehr, um ihn halt zu lagern. Nicht um jetzt etwas Neues zu entwickeln, aber genau das ist halt passiert. Und dann ist ein Weg angestoßen worden, der über 100 Jahre später in diese Whisky-Produktion gemündet hat. 1954 gab es offiziell Stonewood 18a, also er hieß damals noch Steinwald Whisky, das war jetzt auch nicht so der Burner und heute wäre es das wahrscheinlich schon, damals nicht so, wurde als Grain Whisky vermarktet. Und richtig spannend war es aber erst die letzten 20 Jahre jetzt so. Also wir haben Eisern durchgehalten und haben ein Fässchen pro Jahr gemacht und haben jetzt seit 2006 gibt es Stonewood Wards, unsere zweite Sorte, zum ersten Mal gebrannt. Seit 2011 gibt es das. Irgendwann haben wir dann die Lagerdauer von fünf auf sieben Jahre verlängert und sind so in die Single-Mod-Produktion eingestiegen, so in den letzten 20 Jahren auch. und haben uns dabei immer gedacht, oder das treibt mich jetzt noch immer um, was bedeutet es, bayerischen Whisky zu machen. Also wir sind ja Bayern. Letzte Zeit sind die Bayern wieder mit Söder und Aiwanger groß in allen Schlagzeilen drin und alles ist immer ein bisschen anders als woanders. Ja, ob das kann man jetzt gut finden oder schlecht. Aber deutscher Whisky, ja, aber wir sind natürlich Bayern und wir haben ja so auch in anderen Ländern Whisky-Regionen. Und so haben wir uns immer gedacht, Mensch, was ist denn bayerischer Whisky? Das ist so unsere Herangehensweise. Und da kommt es immer darauf an, dass man sagt, naja, bayerischer Whisky ist nicht nur bayerisch, weil er aus Bayern kommt, sondern weil die Leute, die hier leben, ihre Fähigkeiten irgendwie besonders in diesen Whisky einbringen. Und da wir ja so als das Volk des Weißbieres gerne begriffen werden und uns selbst auch so sehen, haben wir uns gedacht, jo, ich bin ja, also war ein Stefano von der Ausbildung her, Bierbrauen ist also auch, liegt in der DNA irgendwo mit drin. Und dann haben wir gesagt, gut, machen wir mal, wir tun so, als würden wir ein Weißbier machen und biegen dann links ab und machen Whisky draus. Sprich, wir haben Weißbierwürze hergestellt, ohne Hopfen natürlich, aber mit 60 Prozent Weizenmalz, Gerstenmalz und Weißbierhefe. Also mittlerweile sind die Innovationen so viele, das würde keinen mehr wundern, aber vor 18 Jahren war das eine super Idee oder eine neue Idee, weil die Ausbeute immer nicht so toll ist, aber die macht halt diese tollen Fruchtaromen, Banane und was weiß ich noch alles. Das haben wir ausprobiert und das hat gut funktioniert. Dann zunächst fünf, dann sieben Jahre im fast amerikanische Weißeiche, Virgin Oak, Medium Toasting und da ist was draus geworden. Und so haben wir uns immer so ein bisschen an dem orientiert, was wir gut können. Selbst wenn wir jetzt einen Single Malt Whisky machen, wie Stonewood 3, ganz klassisch nur Gerstenmalz, dann ist die Schüttung so, als würdest du ein gutes helles Braun. Da ist immer ein bisschen ein Pilsner Malz dabei und ein Münchner, Wiener, Karadunkel. Das merkt man dann schon so ein bisschen. Und das auch dann wieder natürlich amerikanische Weißreiche, Heavy Toasting. Wir arbeiten gerne mit Virgin Oak zunächst mal und gehen dann gerne in andere Fässer und finishen. Also erst ist immer ein bisschen Kontrolle in der ersten Lagerung und dann lassen wir den Gaul los und machen irgendwie, lassen wir auch mal den Zufall seinen Raum und nehmen halt dann, was man halt so nimmt. Zuletzt haben wir einen Amarone Finish heuer rausgebracht vom Wurz. Wir haben also vier Grundwhiskys im Prinzip, Stonewood 1818, Stonewood Wurz, Stonewood 3, Smoky Monk, das ist so die Rauchvariante mit Buchenrauchmalz. Und auf der Basis dieser Whiskys haben wir jetzt mehr und mehr in der letzten Zeit begonnen, Finishes zu machen oder halt der Doublewood vom letzten Jahr heißt ja Doublewood, weil Finish nach drei Jahren würde ich von Finish gar nicht mehr reden, weil die Charakterveränderung durch die Oloroso Fässer unglaublich stark ist. Und das ist so die Grundlage, wie wir eigentlich arbeiten, was jetzt den Whisky betrifft. Ich hätte eine Frage nochmal zu deinen Fässer. Du sagst dann Light Toast oder Heavily Toasted. Ist da ein Char auch da drin oder nicht? Ähm, nee. Gar kein, nicht ausgecohlt, einfach nur indirekte Ja, achso. Nee, es ist, es ist einfach, es ist, natürlich sind die Fässer getoastet, klar, also das heißt, sie sind aber jetzt nicht irgendwie, die sind einmal getoastet, bei Virgin Oak Fässern ganz frisch ähm, und dann eben entweder beim What's zum Beispiel eben nicht ganz so stark, also Medium, in verschiedenen Stärken halt, ja. Es ist aber nicht so, dass wir jetzt da irgendwie besondere Zusatzbehandlungen noch hätten oder so, sondern sie sind einfach einmal ausgebrannt, Heavy Toasting, Medium Toasting, Stärke, je nachdem, wie wir es halt brauchen. Da gibt es unterschiedliche Effekte dann. Genau, also die sind ganz anders als unsere Ex-Firstville Bourbon Fässern dadurch. Interessant. Ja, ja, klar, genau. Weil es eben Virgin Oak sind, da muss ich das ja so nicht machen, sondern die werden einfach in einer dezidierten Art und Weise ausgebrannt und haben dann eben eine Stufe von Toasting, wie man es eben kennt, die unterschiedlich intensiv ist. Gregor, was ich natürlich sehr aufmerksam vernommen habe, war die Jahreszahl mit eurem ersten Whisky. Und somit, wie vielleicht vielen unserer Zuhörer, die mittlerweile schon deutsche Whisky-Freaks sind, bekannt ist, ist ja eigentlich die älteste Whisky-Distillerie oder wird immer genannt die Blaue Maus. Wenn ich dich aber jetzt richtig verstanden habe, seid ihr ja in die Produktion schon weitaus vorher gegangen. Allerdings müssen wir jetzt trennen, ihr seid die älteste Whisky-Distillerie, die Blaue Maus wäre die älteste Single Malt Whisky-Distillerie. Habe ich das richtig rausgehört? Perfekt. Das hast du ganz richtig, richtig definiert. Es wird dann irgendwann kompliziert, dass man da nichts Falsches sagt. Wer ist denn da der Älteste im Land? Also grundsätzlich finde ich es ja gar nicht so super wichtig. Bei uns ist es mittlerweile so, wir haben, ich habe mir so lange oberpfälzisches Understatement vorwerfen lassen dürfen, dass wir irgendwann mal gesagt haben, okay, jetzt sagen wir halt auch mal, wie lange wir das schon machen und dass wir die Ältesten sind, verschweigen wir jetzt auch nicht mehr. Seit wir damit unterwegs sind und das ist ja auch durchaus so oft recherchiert geschrieben und gesagt worden mittlerweile, dann hat irgendwann der Robert Fleischmann sich auch entschlossen, sich nicht mehr als älteste Whisky-Brennerei, sondern als älteste Single Malt-Brennerei zu bezeichnen. Das darf er ja auch, da ist er wirklich nach heutigem Wissensstand der Erste. Ja, also wir haben mit Grain-Whisky eben und dann haben wir natürlich bis in die frühen 2000er gebraucht, um auch einen Single Malt überzugehen. Aber durch den Grain-Whisky sind wir natürlich schon wahrscheinlich zumindest nach heutigem Wissensstand am längsten dabei in Deutschland. Das ist ja immer mit Vorsicht zu genießen. Es könnte ja doch mal sein, dass man wieder irgendwo in einem verborgenen Keller etwas findet, das dann noch fünf Jahre länger liegt oder so. Aber nach heutigem Wissensstand, ja. Und der Name dieses ersten Whisky Stonewood 1818 ist aber natürlich so, den gibt es nicht seit 1818. Nur wir haben das mit dem Gründungsjahr der Brennerei dann verknüpft, als wir den Markenrelaunch durchgeführt haben von Steinwald auf Stonewood in 2004 war das. Was war denn dann der älteste Whisky eurer eigenen Herstellung, den du probieren konntest? Der älteste Whisky unserer eigenen Herstellung, ach so, also den ich probieren konnte von, also der war auch zehn Jahre alt etwa von der Lagerdauer her. Ja. Und aus welchem Jahr? 1971 abgefüllt. Okay. Das ist etwas, das ist das Älteste, was ich jetzt bei uns aus dem Haus kenne, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe vorher von den ganz ältesten Abfüllungen, die kenne ich nur aus der Dokumentation. Da haben wir halt irgendwann einfach mal auch nichts mehr gehabt anscheinend. Das muss man ganz ehrlich sagen. Was würdest du jetzt sagen, wenn du so einen ganz alten, nennen wir ihn jetzt einfach mal, so einen ganz alten Schrammel-Whisky probierst, gegenüber der heutigen Qualität, die ihr produziert, hat sich da extrem viel verändert? Oder würdest du sagen, nee, die haben damals schon wirklich so gutes Zeug gemacht, wir machen das noch ähnlich? Also sind die noch verwandt miteinander? Oder ist das wirklich nur der Wunschvater des Gedanken, dass da irgendwo eine Verwandtschaft namentlich stattgefunden hat? Also wir haben, die sind schon verwandt miteinander. Und das kann man auch ganz deutlich merken. Also wir haben ja auch sehr viel Energie drauf verwendet, die letzten Jahre genau den Whisky so zu belassen, wie wir ihn geerbt haben, sagen wir mal so. Also die, die, es war vor 15, 16, 17, 18, 20 Jahren, war das schon so ein Thema, wo man ja oft, wo wir schon vor der Entscheidung gestanden sind, machen wir das jetzt einfach so weiter, wie Papa und Opa und so weiter? Oder machen wir da was anderes draus? Weil ja damals viele gesagt haben, du kannst ja nicht einen Cognac-Fest anlagern, das bist du für einer. Und wir haben irgendwie, das geht doch nicht. Und mach halt Single-Mold. Und dann haben wir gesagt, na okay, vielleicht machen wir mal Single-Mold irgendwann, aber wir lassen jetzt den so, wie wir es schon immer hatten. Nimm es oder lass es so ungefähr. Und dann haben wir, wirklich gesagt, das muss auch so bleiben und soll auch so schmecken. Was anders ist, das ist uns schon gelungen. Früher war die Konstanz nicht so drin. Also da gibt es schon Jahrgänge, die schmecken wirklich extrem viel anders. Und da ist halt auch immer genommen worden, was man gerade kriegt. Irgend so ein Weinbrand fast, dann mal wieder aus dem Cognac ganz was anders und so. Das macht ja auch viel aus. Und dann hat man halt einfach so drüber gebrannt. Und dann waren da schon gute Sachen dabei. Es gibt aber auch Jahrgänge, die mich würde ja stark interessieren. Ich habe mich nicht getraut, die Flasche zu öffnen. Es gibt noch eine ganz alte, wirklich von 1934 ist die, glaube ich. Die ist aber, ja, da steht halt, das ist schon genau so gemacht. Da steht halt dann noch drauf, Korn. Weil man nicht, damals war es ja vor 1945 in Deutschland, ich glaube nicht, so gar nicht mal erlaubt, solche ausländischen Bezeichnungen zu verwenden, wie zum Beispiel Whisky für eigenes, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, ich traue mich nicht, die zu öffnen. Die steht bei uns an einem Ort. Ich könnte ihn euch verraten und müsste ich euch töten. Kennst du, wie das ist? Bitte nicht, bitte nicht. Nee, also das ist von den Abfüllungen, die ich wirklich verkostet habe. Wie gesagt, seit 1971 war das erste. Und natürlich ein paar weitere. Da war schon mal, da hat man noch nicht so drauf geachtet, dass das immer gleich ist. Also diese Gefahr, dass die Jahrgänge stark unterschiedlich sind, die war früher größer. Das haben wir jetzt auch in den letzten Jahren besser im Griff. Natürlich auch, weil wir mehr Fässer machen und die auch ineinander verschneiden in der Standardlinie in einem Jahrgang. Und dann hast du natürlich, fällt mal ein Fass, wo das Holz vielleicht auch anders ist oder was weiß ich. Das fällt dann auch nicht so auf, wenn wirklich mal was anders wäre. Das muss man schon auch sagen. Früher mit einem Fass pro Jahr ist natürlich die Gefahr, dass du im nächsten Jahr eine ganz andere Qualität hast. Die ist wesentlich größer. Die ist jetzt nicht mehr so groß. Ansonsten sind wir schon recht nah an diesen früheren Qualitäten. Naja, die Brennereitechnik bei uns ist natürlich schon auch besser geworden. Aber das ist, sage ich mal, das schlägt sich auch eher in der Konstanz nieder. Also gleichbleibende Standardqualität auch herstellen zu können. Sehr interessant. Du hast da gesagt, ein Fass im Jahr. Ihr produziert bestimmt heute ein bisschen mehr, oder? Also jetzt mittlerweile sind wir natürlich mit, von Stonewood 1880 machen wir 30 bis 40 Fässer im Jahr mittlerweile. Und von den anderen Whiskys natürlich auch noch wesentlich mehr, sodass wir jetzt bei 200 bis 250 Fässern pro Jahr mittlerweile angelangt sind, die wir füllen. Das ist jetzt im Moment so ein Allzeithoch, weil halt die Perspektive natürlich, also da ist der Umsatz auch gestiegen, aber vor allem die Perspektive, die sich daran dann bemisst, noch mehr. Und deswegen haben wir jetzt so viel gemacht, vor ein paar Jahren natürlich noch wesentlich weniger. Wir haben irgendwann 2012 entschieden, das ist ein gutes Jahrzehnt her, dass wir sagen jetzt, wir müssen einfach mehr machen oder wir lassen es. Weil ich habe 2005 angefangen mit Stonewood Worts und schlau wie ich war, auch nur mit einem Fass. Dass man auch erfolgreich sein könnte, war damals nicht so wirklich im Kalkül noch drin. Und dann hatten wir, als wir das erste Mal für Stonewood 1818 eine Goldmedaille bekamen, World Spirit Awards, und das hat dann viele Türen geöffnet, hatten wir halt von jedem Whisky dann ein Fass von diesen beiden Sorten. Jo, das ist ein bisschen wenig. Und da ist die Nachfrage gestiegen, damals gab es noch nicht viele deutsche Whiskys, also wir hätten da damals wirklich ein Riesenwachstum hinlegen können, wenn wir was gehabt hätten, mit dem wir hätten wachsen können, von der Materialbeschaffenheit her, Materialmenge her, das hatten wir nicht. Und dann haben wir 2012, nachdem wir auch viel Kritik bekommen haben dafür, dass wir, also es gab schon ein paar von unseren Kunden, die auch gesagt haben, was gehst du denn auf so eine Verkostung und Competition, wenn du gar nichts zu verkaufen hast. Also das ist blöd. So, dann haben wir ein paar Jahre uns gezwickt, angesichts der großen Nachfrage und haben dann irgendwie gesagt, jetzt müssen wir die Geschichte ein bisschen aufblasen. Und dann 2013, glaube ich war das, lass mich lügen, ja 2013, haben wir das erste Mal dann schon bereits mit drei Sorten Whisky um die 45 Fässer, glaube ich, vollgemacht oder so. Und das ist dann jedes Jahr angestiegen. So, dass wir jetzt heute bei einer schon relativ großen Menge sind. Die kann aber nächstes Jahr schon wieder, also wir lassen uns jetzt nicht festmachen, kann auch sein, dass ich angesichts der Rohstoffe, jetzt in Corona haben wir das Problem gehabt, dass Fässer oftmal nicht so verfügbar sind, dass wir mal nächstes Jahr wieder 50 Fässer weniger machen. Also statt 230, dann 180 oder so. Ja, das kann schon sein. Aber wir sind in solchen Regionen, bewegen uns mittlerweile schon, damit wir dann auch dementsprechend lieferfähig sind, auch in, keine Ahnung, fünf oder zehn Jahren, muss man ja immer mit einberechnen, was da alles kommen kann. Ich denke, dass das tatsächlich ja auch ein sehr wichtiger Punkt ist, denn wir haben in unserem Jingle am Anfang immer das Vorurteil, dass deutscher Whisky nach Obstler schmeckt. Genauso gibt es ja aber auch landläufig immer die Meinung, in Deutschland gibt es vielleicht geschrieben irgendwie wie eine Menge Brennereien. Aber wenn hier und dort mal ein, zwei, drei, vier Fässer produziert werden, ist das ein respektabler und ernstzunehmender Whisky-Produzent oder macht der einfach halt nur auch Whisky nebenher? Ja, weil es gibt ja niemand, der nur die Brennerei aufschließt, um seine drei Fässer Whisky zu machen, dann wieder abschließt und im nächsten Jahr same procedure. Sondern es ist ja definitiv so, dass wenn man längere Zeit eine gleichbleibende Range bedienen kann, ab dann zählt es für viele in der Whisky-Welt einfach erst dann als respektable Brennerei und auch als Marke, die man wahrnehmen kann. Weil wenn ich in einem Moment die Abfüllung kaufe, mir schmeckt, ich zeige die meinen Freunden, mache vielleicht sogar noch eine kleine Teilung und möchte mir den dann wieder nachkaufen und es gibt ihn nicht mehr, ab dann wird es natürlich und das ist, denke ich, den Punkt, den du auch gerade angesprochen hast, ab dann wird es natürlich auch ein bisschen schwierig, eine Fanbase aufzubauen, ja, um es mal neu deutsch auszudrücken. Also ich finde, das muss ja der Anspruch sein, wenn ich mich einem professionellen Destillateur-Schimpf-Profi bin ich dann, wenn ich reproduzieren kann. Wenn ich in der Lage bin, etwas wieder so herzustellen, wie ich es schon getan habe, dann zeige ich, das war auch Absicht. Also ich kann, jedes blinde Huhn findet mal einen Korn, aber ich muss es wieder tun können, wenn es gut war und das ist etwas, was wir auf jeden Fall, da sind wir einfach verpflichtet, da will ich jetzt gar nicht sagen, das wäre jetzt große Philosophie von uns oder so, das ist, glaube ich, Pflicht für jeden, der sich professionell schimpfen will und das ist, hängt dann auch damit zusammen, dass wir ein paar Fässer mehr von einem machen, also Wachstum ist ja nicht immer eine Sache, wo man sagt, oh, jetzt haben wir das Dollarzeichen in den Augen, ich muss vielmehr, um eine Grundqualität gewährleisten zu können, immer ein bisschen mehr machen. Also die berühmten drei Fässer, die du da ansprichst, die reichen nie und nimmer aus, um reproduzierbar gute Qualitäten immer wieder zu gewährleisten. Da muss ich einfach ein bisschen mehr investieren und wer mehr investiert, muss ich natürlich auch sicher sein, dass er das gut handwerklich bedienen kann oder überhaupt von der ganzen Professionalität her und da sind wir schon, da haben wir uns die letzten 20 Jahre auch nochmal ein bisschen weiterentwickelt und arbeiten natürlich ständig dran, immer wieder auch am Fassmanagement und jetzt sind wir ja erst in der Phase, so seit zwei, drei Jahren, wo wir sagen, jetzt machen wir wirklich mehr Finishes und nicht nur die Virgin Oak Sachen, sondern mehr komplexer in die Tiefe zu gehen mit all diesen schönen Sachen. Das machen jetzt ja viele Kollegen auch, da kommen tolle Sachen, finde ich, in letzter Zeit raus in ganz Deutschland und die Vielfalt ist unheimlich groß und das macht, da habe ich jetzt momentan wieder so eine neue Stufe der Freude erreicht. Das macht unglaublich großen Spaß, wenn man, also ich bin immer ein großer Freund von einem konzeptionellen Vorgehen, was jetzt Planung betrifft, New Makes betrifft, die ersten Virgin Out Lagerungen, aber dann kommt der Moment, so nach, weiß ich nicht, fünf, sieben, drei, fünf, sieben Jahren oder so eine Grundlagerung, wo man jetzt einfach sagt, ey, jetzt nehme ich einen Fass, das finde ich cool, da haue ich den jetzt rein und dann gibt dem Zufall immer ein bisschen den Raum. Ich weiß noch nicht, wie lange der da drin sein wird und was ich jetzt da tue und ob ich ihn nochmal umlagere und das ist dann eine Reise, die macht wahnsinnig viel Spaß und das ist etwas, was ich jetzt nach sehr, sehr viel geplantem Vorgehen über ein Jahrzehnt hinweg jetzt die letzten Jahre auch mit habe und das ist für uns eine neue, für mich eine neue, auch Lebensform als Destillateur, viel, viel mehr wieder ein bisschen spielen zu dürfen. Ja, das macht uns auch Spaß. Jetzt haben wir ja mit diesem kleinen Vorurteil aufgeräumt. Lass uns mal noch mit dem typischen deutschen Whisky-Vorurteil aufräumen. Jetzt hast du ja als grundlegende Kornbrennerei nicht unbedingt das Problem, dass dein Whisky direkt als Obstler bezeichnet wird, auch wenn ihr Obstbrände im Angebot habt. Erzähl mir doch mal bitte ganz kurz, wie würdest du sagen, wie unterscheidet sich jetzt ein Kornbrand aus dem Hause Schrammel dann von dem Whisky? Also was hat sich verändert oder was macht ihr anders auf dem Weg, sodass der, ja, so eine Eigenart, ein eigenes Produkt wurde einfach? Also, ich sage mal, grundsätzlich Korn sollte ja immer eine Spiritose sein, die wahnsinnig sauber in der Art und Weise ist, dass sie eigentlich aromatisch relativ neutral wird. Relativ neutral, am besten relativ weich oder da alles abgeschwurbelt an den Ecken, dass nichts mehr ist, da nimmt man gerne ganz viel Weizen her und hat somit natürlich eine ganz andere Art zu gären, zu maischen auch. Wir haben, wenn wir Korn maischen, machen wir nicht das klassische Kornmaischverfahren, wie es Brennereien im Norden oben machen. Das haben wir allerdings auch noch nie getan. Also in Bayern gab es ja früher viel mehr Kornbrennereien, als man denkt und die haben ganz anders gearbeitet, als die Kornbrennereien, die im Norden man in Deutschland meistens verortet. Von dieser bayerischen Kornbrenntradition ist nur wenig übrig geblieben. Die war immer schon aromatischer ausgelegt. Das ist aber ein bisschen schwierig. Wir waren, das waren sehr viel mehr kleinere Brennereien, die gab es auch nur im Norden. Also Bayern hat man ja klassisch so als dieses Obstbrennereigebiet. Also nur in der Oberpfalz, wo ich herkomme oder wo ich bin, wir waren immer schon ein lausiges Obstgebiet und da gab es relativ viele Kornbrennereien, kleine Kornbrennereien, die haben in Holzbottichen, gemeischt, relativ aromatisch, eher fast so wie ein Brauereiprogramm von den Temperaturanstiegen her immer und so. Und vom Brennen her, heute könnte man sagen, viel näher am Whisky dran, mit ganz anderen Vor- und Nachlauf-Cutpunkten, als das in der Kornbrennerei der Fall ist. Diese Tradition ist ein bisschen gestorben. Wir sind zum Beispiel die einzige Brennerei im Umkreis von 120 Kilometern, die im Zweiten Weltkrieg überlebt hat. Also da ist vieles gestorben und dann wusste man irgendwann gar nicht mehr, dass es das überhaupt mal gab. Da haben wir ein bisschen anders gebrannt, immer schon. Aber grundsätzlich von dem Korn, was man als Korn bezeichnen würde, was heute eher so aus dem Norden kommt, ist das Maischprogramm. Cut, Vorlauf, Nachlauf ist anders, wird natürlich deutlich weiter ausgelegt beim Whisky. Da muss man beim Korn viel, viel mehr abschneiden, um wirklich Neutralität zu gewährleisten. Das wollen wir ja gar nicht. Und natürlich wird dann auch das Gärprogramm anders gemacht. Wir vergären obergärig und relativ warm und das gibt immer mehr Aroma von Hause aus. Das würden wir beim Korn auch so tun. Und dann bist du schon nah am Grain-Whisky-Bereich dran. Und dann, gut, Fass tut natürlich immer sein Übriges. Vielleicht, was mir immer so ein bisschen noch am Herzen liegt bei der ganzen Diskussion um dieses Obstlern oder Gärstlern, was den deutschen Whiskys häufig vorgeworfen wird. Also ich muss ja leider sagen, ich will unsere eigenen Nester nicht beschmutzen, aber das stimmt zum Teil, hat das gestimmt leider. Also da gab es ein paar Leute, die hätten vielleicht nicht gleich einen ersten Versuch vor vielen Jahren auf den Markt bringen sollen. Da gab es ein paar, die haben wirklich leider ein bisschen, ja, Obstlern ist ein bisschen so komischer. Es gibt etwas, was man als Assoziation mit Obstbränden verbindet und das sind Gerbstoffe. Wenn ein Whisky eher so einen Calvados-Touch hat, dann ist da zwar nichts vom Obst drin, aber das entsteht dann, wenn ich meine Maische aus Gerste mache, zu 100 Prozent, weil ich will ja Single-Malt machen, mache ich Gersten-Maische. Und ich haue das einfach nur mit Spelz und allem drum und dran als Ganzkorn in den Mais-Bottich rein und vergäre das, dann ist beim Gärprozess entstehen Säuren, die lösen ganz gerne sämtliche zellulose Stoffe aus allen Spelzen raus, die es nur gibt. Und das sind auch Gerbstoffe. Und dann hast du sofort einen so einen Gersten, so einen Calvados-Touch, wo normalerweise aus dem Fass mehr die Gerbstoffe dann auch kommen und so ein bisschen Obst noch dazu, aber die hast du dann da drin und die kriegst du nicht mehr raus. Und das ist beim Single-Malt-Whisky speziell halt einfach nicht erwünscht oder üblich normalerweise. Und daher kommt meiner Meinung nach dieses ganze Obstler-Ding. Da wurde ja viel spekuliert, du liegst an der Obstbrennblase oder alles Käse. Also wenn man zu viel Auslaugung, sage ich jetzt mal, der Spelzen hat beim Gärn, bei der Gärung, dann kriegt man das rein. Das ist meiner Meinung nach die technologische Wahrheit. Aber ein Single-Malt, ich bin immer ein großer Freund schon gewesen oder ein Verfechter der Würzegärung bei Single-Malt-Whiskys und dann hast du das Problem nicht. Das nimmt aber in Deutschland immer mehr zu. Also ich habe viele Kollegen, die früher Stein und Bein geschworen hätten, sie brauchen kein Läuterbottich und kein Sudhaus und die jetzt auch entweder sich sowas anschaffen oder sich Brauerei-Unterstützung nehmen, um das so hinzukriegen. Also das macht Schule, würde ich sagen. Und dann haben wir das Problem irgendwann sowieso nicht mehr. Haben wir auch jetzt schon, glaube ich, nicht mehr. Also selbst die, die vielleicht ein bisschen Gärstlern, haben wir ja jetzt mittlerweile durch ganz, ganz viele Finishes und andere Fässer und machen teilweise so interessante Sachen draus, dass dieser Effekt gar nicht mehr so ins Gewicht fällt. Also das ist, würde ich sagen, erledigt sich auf Dauer. Zum Glück. Ich finde die Diskussion ja grundsätzlich immer interessant, weil wenn jetzt ein schottischer Whisky, der recht jung abgefüllt wird, diese fruchtigen Aromen hat, nenne ich sie jetzt einfach mal, dann wird das absolut spannend gefunden, weil wie kann man aus einem Korn ein so fruchtiges Aroma erzeugen? Die Brennerei muss doch echt mega was drauf haben, dass die das schaffen aus einem Produkt, Produkt, das nie einen Apfel und eine Birne gesehen hat, so was Fruchtiges zu erzeugen. Und wenn es in Deutschland gemacht wird, dann schmeckt er nach Obstler. Also ich hatte definitiv auch schon schottische Produkte, die diese Geschmacksrichtung bedienen. Ich möchte per se nicht sagen, dass er nach Obstler schmeckt, aber die halt die Geschmacksrichtung, die Aromen sehr stark fruchtig in diese Richtung dann bedient haben. Aber in Deutschland kriegen wir das irgendwie nicht weg. Komisch, aber dafür sind ja zum Beispiel Jason und ich da. Wir versuchen ja alles. Macht einen guten Job. Er wird mit gewissen Vorurteilen immer leben müssen. Da gibt es immer ein paar, durch die wir immer noch, wird es ein paar Gästriche geben, die noch in zehn Jahren aus Land ziehen werden, sagen wir, alles Scheiße, in Deutschland wird geobstlert. Also ich finde, Fruchtaromen haben ja auch ihre Berechtigung. Man sollte sie aber absichtlich reintun in den Whisky oder sie sollten nicht unbedingt nur aus Gerbstoffspelzen kommen oder so oder aus falscher Vergärung, sondern aus Stoffwechseltätigkeit der Hefe und vielleicht auch mal irgendwo Fässer und Rohstoffe, Kombinationen und sowas. Aber es stimmt schon, wir Deutschen neigen dazu, auch uns selbst gegenüber. Es sind ja in Deutschland, es sind ja viele rumgelaufen, deutsche selbsternannte Whiskypäpste, die immer gesagt haben, ja deutscher Whisky ist scheiße, ist alles nur noch Obst. Im Ausland werden wir ja oft gar nicht so negativ beäugt. Da sagt man ja vielmehr, ach, das ist ja mal interessant, schauen wir mal, was aus Deutschland vielleicht kommt. Und ist da ganz ergebnisoffen. Aber wir selber betreiben gerne selbst Bashing. Ist so. Ist manchmal tatsächlich so. Genau. Kannst du ein bisschen was von deiner Anlage erzählen jetzt hier? Was hast du denn da an Brennapparaten? Also wir haben, das was man hinter mir sieht, ist unsere Reinigungsanlage oder in Whisky-Sprache würde man ja sagen, die Spirit Steel, die fasst 300 Liter. Und links neben mir wäre, das kann man jetzt im Bild nicht sehen, steht die größere Anlage, unsere Wash Steel hat 1200 Liter Blaseninhalt und ist mit nebenstehender Kolonne, also ist grundsätzlich die Brenntechnik schon nach wie vor an dem orientiert, was in Deutschland so klassisch ist die letzten Jahrzehnte. Das heißt, mit einer nebenstehenden Kolonne, die man eben, da machen wir zum Teil, brennen wir da natürlich auch Obstmeischen drauf, die kann man eben sozusagen auf Durchzug schalten, sodass der Dampf einfach durchrauscht. dann haben wir ganz oben noch so etwas, wo ich draufstehe, so eine Katalysator nennen wir das, das ist so eine Edelstahlröhre mit einer Kupferplättchen drin, um da nochmal möglicherweise die Kupferoberfläche erhöhen zu können, wenn ich da aromatisch noch was tun will oder auch was abscheiden möchte, was mir nicht so gefällt. und das kann man auch zu- oder wegschalten. Da haben wir also ganz viele Möglichkeiten, um ganz, ganz viel Kupferoberfläche zu erhöhen oder wegzunehmen. Und ansonsten ist das, ja, da kommen dann, wie gesagt, 1200 Liter Wash-Still, 300 Liter Spirit-Still. Das heißt, wir brennen auch beim Whisky zweimal. Das, was da aus der Wash-Still rauskommt, wird dann in die Spirit-Still extra nochmal gebrannt. Das kann man jetzt nicht so sehen, weil häufig ist es so bei Brennereien, wenn sie sowas haben, ist es meistens öfter mal in Reihe geschaltet. Bei uns ist es nicht so. Wir brennen, wir machen sozusagen Raubrand, der kommt in den Tank rein und wird dann später nochmal auf der Spirit-Still nochmal gebrannt. Aber immer eben zweimal und das, was dann hinten rauskommt, hat bei uns so, ja, eigentlich fast an die 90%, so 88%, 86% bis 88%. Dann verdünnen wir runter auf 50% bis 55%, je nachdem, wie lange er eben ins Fass soll. Also relativ weit runter verdünnt schon und gehen so ins Fass rein. Erstmal, Virgin Oak meistens, sodass bei uns die Fassstärken, die wir dann haben, wenn wir Limited Editions machen oder wenn wir Finishes machen, Finishes sind bei uns meistens Limited momentan, das sind so Small Badges mit, keine Ahnung, vier, fünf Fässern meistens momentan, dann gehen wir da in Fassstärke in die Flasche und das ist bei uns meistens um die 50%. Also da sind wir deutlich niedriger, als jetzt man das von den meisten Schotten zum Beispiel klassischerweise kennt, weil wir halt schon niedriger in die Fässer reingehen. Ist eigentlich nicht so geplant gewesen. Wir haben das Einzige, was mir immer, als wir irgendwann mal festlegen mussten, wie machen wir es denn in Zukunft, mir war es immer schon zuwider, so viel Wasser hinzuschütten an Whisky. Das wollte ich nicht. Du verdünnst alles nur runter, machst Farbe weg, machst Aroma weg. Da muss ich nicht vorher jahrelang lagern, dass ich mir alles wieder wegverdünne, nur um ein bisschen mehr Ausbeute zu haben. Da habe ich mir gedacht, ach, machst du ein bisschen so, dass du mit 50 rausgehst oder 49 aus dem Fass am Schluss und brauchst nicht mehr oder 48 und brauchst nicht mehr so viel auf 43 runter zu verdünnen. Das war schon ein Standardstärken. Es ist jetzt ein unerwartet schöner Benefit, das haben wir jetzt so in diesem Jahr und auch im letzten Jahr schon gemerkt, als wir dann mit den ersten Sachen rausgekommen sind, ein Finishes, dass man so ein Finish oder so eine Fassstärke mit 50, um die 50 Prozent ganz gut trinken kann. Und das macht richtig Spaß und Freude. Genau, das war ein Experiment, der einfach geglückt war, oder hast du davon gelesen? Weil in Amerika ist das der Trend in Kraft-Distillation, dass man mit 50, 50 Prozent reingeht. Ich habe ehrlich gesagt, erfüllt es mich, ich habe nicht davon gelesen, weil wir machen das ja schon länger. Umgekehrt ist es sowieso, es erfüllt mich jetzt mit relativ großer Befriedigung, weil ich habe mir durchaus im Kollegenkreis immer auch schon Kritik anhören dürfen am Anfang. Das ist doch, was machst du denn? Das ist unwirtschaftlich und das ist nicht klassisch. Warum gehst du denn so niedrig in die Fässer rein? Gut, Unrecht haben sie nicht. Unwirtschaftlich ist das und nicht unbedingt traditionell, aber lecker wird das, weil da weniger Tannin, mehr Süßstoff kommt mit raus und das ist eigentlich wunderbar, was sich da entwickeln kann, eher bei 50 bis 55 Prozent, fast die ganze Zeit, als wenn mit 70, wie es manchmal schon an, jetzt mittlerweile drin ist. Ja, mittlerweile ist das ja sozusagen Stand der Technik und man hat, es gibt schon Literatur darüber, dass es wirklich für die Reifung ganz gut ist, es so zu tun, aber das hat wirklich vor zehn Jahren noch ganz anders ausgesehen und dann alles, was man als deutscher Brenner getan hat, also sind wir wieder bei dem Thema, was sich nicht an dem klassischen Schottland oder sonst irgendwo orientiert hat, war dann gleich mal falsch und das durfte man schon fast nicht sagen und dann haben halt manche Leute schon gedacht, oh, der wird da so eine dünne Blöhrre produzieren mit seinen 50 Prozent ins Fass rein und so, aber jetzt mittlerweile, deswegen habe ich gesagt, das erfüllt mich mit einer gewissen Genugtuung, ist es tatsächlich offiziell bestätigt von vielen Seiten, dass das eigentlich auch ein guter Weg ist, das so zu tun, aber wir haben es, also ist immer schön, dass man da auch Glück hat, wir haben mit Fassstärken ja nicht geplant, ich habe ja früher immer eher gedacht, dass wir die Standard-Whiskys so machen, dass wir mit Virgin auch relativ weit kommen, also ich habe mit Fassstärken nie geplant früher und jetzt haben wir trotzdem, es sieht ein bisschen so aus, als hätten wir es da hingeplant, das ist voll schön und das hätten wir aber nie gemacht, der Zufall ist manchmal besser als jeder Planer. Wobei bei der Fassstärkenabfüllung, die ihr jetzt habt, wir Community reißen die buchstäblich fast aus deinen Händen da raus, hast du ein bisschen gehört auf die Leute, auf Whisky-Messen und Community und so weiter, sagst du, gib uns endlich mal was in Fassstärk? Nee. Nö, schade, ich habe es gehofft. Also natürlich ist es ja nicht so, ich bin ja nicht völlig blind und tarp gegen meine Umwelt, man hört ja schon, was die Leute um uns rum sagen und die Fassstärken, aber ich bin, das ist immer so, ich bin ja ein Destillateur und ein Brenner und da ist man manchmal ein bisschen, ich will nicht sagen beratungsresistent, aber du bist mehr, also ich habe das schon gehört und da macht man sich Gedanken drüber, aber der letzte Anstoß für mich ist gewesen in der Brennerei selber, wenn du nämlich so ein Fass ausleerst und du pumpst es in den Tank rein oder lässt es in den Tank reinlaufen und dann geht es, dann schwimmt das so im Kreis rum und zieht diese tollen Schlieren und du kannst förmlich schon sehen, du kannst fast das Mundgefühl sehen, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber dann probierst du das und dann denkst du dir, ich weiß, was passieren wird, wenn ich da jetzt Wasser hinschütte. Das ist im Hause Schrammel eigentlich so die Geburtsstunde der Fassstärken, weil ich irgendwann gesagt habe, hey, wir müssen jetzt das Ding einfach mal so, wie es ist, in die Flasche füllen, ohne noch Wasser hinzutun, weil das einfach schade ist, was da passiert. Das wird ein anderer Whisky, der erste Tropfen Wasser und du kriegst dieses Mundgefühl nie wieder zurück und so ist es eigentlich dann die Entscheidung entstanden, wirklich zu sagen, ja, nee, jetzt müssen wir einfach, also da fällt dann auch vieles in der Brennerei, wenn man selbst, gerade so am Familienbetrieb und wo der Brenner ist, auch im Prinzip der Planer und Verkäufer und was weiß ich, da fallen solche Entscheidungen oft auch emotional, sensorisch, physikalisch irgendwie so, ja, so ist das. Da habt ihr mich dann am Arsch, gerade ausgesagt. Ah, bravo, bravo, Marc. Ja, ganz oft, Jason, ist es doch so, dass wir auch, wenn wir uns über Abfüllungen unterhalten, dann sagen, ah, der wäre schon richtig gut, wenn er noch ein bisschen mehr PS hätte, ja. Da wurde zu wirtschaftlich verdünnt, sozusagen. Ja. Gregor, mal so ganz klar Hand aufs Herz, also du kennst ja die deutsche Whisky-Welt und was ist im Moment eventuell noch unsere Hemmschwelle beziehungsweise unsere Achillesferse, dass wir noch nicht ja, so extrem wahrgenommen werden wie andere neue Whisky-Nationen oder ist das nur das eigene Bild, das wir auf unser Whisky-Deutschland haben und wir sind draußen schon wirklich eine respektable Whisky-Nation? Also wir sind, ich glaube schon, dass wir eine respektable Whisky-Nation schon sind. Das ist jetzt die Frage, was das bedeutet und in welcher Dimension man das sieht. Ich glaube, dass wir grundsätzlich haben wir Deutschen das Problem, dass wir nicht verstehen, was im Rest der Welt los ist. Das tun wir nicht gut auf allen Ebenen und so verstehen wir auch im Whisky-Bereich nicht, dass wahrscheinlich das gesamte Ausland, der Rest der Welt, der in Whisky auch irgendwie unterwegs ist, nicht immer so denkt, wie wir denken. So, wir sind jetzt Anfänger, wir fangen ein bisschen an und jetzt müssen wir erstmal so unsere Sporen verdienen und dann Erfahrungen machen und irgendwann werden wir eine große Whisky-Nation sein. Nee, ich habe vielfach schon im Gespräch und im Kontakt auch gesehen, dass die einfach sagen, oh cool, Deutschland, da gibt es immer mehr, schauen wir mal, was da kommt. Und dann kommt oft nichts, weil wir selbst nichts rausbringen in den Export, weil wir immer denken, das ist ja eh nicht gut genug, wir müssen erstmal noch ein bisschen üben, 20 Jahre und dann können wir irgendwann, und dann werden wir eine große Whisky-Nation sein. Viele möchten gerne schon jetzt was aus Deutschland sehen. Also ich habe einen Satz von vor langer Zeit, vor langen Jahren schon von einem amerikanischen Importeur im Kopf, der mir gesagt hat, ach, deutsche Whiskys würden bei uns mit Sicherheit gut funktionieren, aber aus Deutschland kommt ja nichts. Das war auch dann im Gespräch und Nachfrage eben so, dass ich gesagt habe, ihr bringt nichts, ihr wollt nichts, weiß ich nicht, ich kenne auch meine ganzen Brauerkollegen zum Beispiel, viele Freunde, die in Brauereien sind, das ist ja Wahnsinn, wenn da jetzt so, ja, oh, jetzt holen sie wieder die Italiener und die Chinesen, jetzt wollen sie wieder einen Container abholen, naja, gehen wir ihnen halt, also man, man weiß, das ist einem fast schon zu viel zu exportieren, man möchte lieber so sein Süppchen hier im Inland kochen, das ist ganz häufig so. Also wir müssten selbst einfach nur mehr offensiv nach draußen gehen, das ist das eine und ansonsten haben wir natürlich schon noch ein bisschen, müssen wir mehr Orientierung geben, was deutscher Whisky ist. Also das ist schon so, dass man natürlich noch nicht genau sagen kann, man hat ja oft, wenn du nach Schottland gehst, dann hast du die Whisky-Regionen und du weißt ungefähr, was dich so erwarten kann. Also das Bayside Islay oder ich weiß es nicht. In Deutschland gibt es das nicht und wenn ein Importeur oder ein fremder Mensch nach Deutschland kommt und möchte Whisky kaufen, dann müsste man ihm so ein bisschen Orientierung geben können, wo es da was Gescheites gibt, weil sonst wird es schwer. Wir haben ja zu diesem, ich bin da nah am Thema, weil wir zu diesem mit einigen befreundeten Kollegen, habe ich ja heuer Malts of Germany gegründet, das ist eine Marke und eine Firma, die sich genau damit beschäftigt, nämlich aus verschiedenen deutschen Abfüllungen in verschiedenen Brennereien, momentan sind wir fünf, aber wir suchen natürlich, schauen uns um nach weiteren deutschen Partnern, wo wir spannende Badges finden, die wir da mal einbinden können in so eine Range. Das Ziel ist immer gewesen, ein Bild von deutschem Whisky nach außen zu geben und wir haben ein paar Aha-Erlebnisse gehabt, wir haben uns ja heuer vorgestellt, auf der Probe ein mit Malts of Germany, da kamen ein paar aus der ganzen Welt eigentlich, also ich kann mich erinnern, ich habe es wirklich gesehen bei einem, der kam, der war aus Taiwan, der stand vor uns und auf seiner Stirn stand förmlich geschrieben Orientation, also das ist jetzt Deutschland, da gibt es Malts of Germany und die werden wir jetzt mal vielleicht weiterhelfen mit einer Range, die in Deutschland vielleicht noch schwer zu finden ist, wenn du irgendwie sagst, was kann ich aus diesem Land, typisches mitziehen an Whisky, das gibt es noch nicht so, da braucht man vielleicht ein bisschen mehr Historie dann, aber das versuchen wir mit solchen Projekten Malts of Germany zum Beispiel anzuschieben. Nicht einfach, aber spannend. Ich wollte gerade sagen, nicht ganz so einfach, weil ich bin da ja bei dir, dass wir nicht unbedingt in Regionen einteilbar sind, aber liegt das nicht auch unbedingt nur daran, dass wir halt in ganz Deutschland theoretisch auf ähnlicher Basis produzieren können, also ich meine, bei den Schotten ist das ja mit Sicherheit auch geschichtlich gewachsen, warum sind wir bei Eila mit Torf unterwegs, weil es halt ein günstiges Brennmaterial war, ja nicht nur, weil die unbedingt sich absetzen wollten von allen anderen, sondern das war halt da und mit Sicherheit sind auch Brennstiele und auch die Regionen, Hölzer, Wasservorkommen und so weiter, ja mit Sicherheit in diesem kleinen Schottland unterschiedlicher wie jetzt bei uns, obwohl wir ein großes Land gegenüber Schottland sind, nicht ganz so unterschiedlich und es orientiert sich jeder irgendwo an einem trinkgefälligen Space Hider, sage ich jetzt einfach mal und wir sind ja erst langsam auf dem Weg dorthin, dass der eine oder andere sagt, Moment, ich möchte ja nicht schmecken wie, sondern ich möchte so schmecken und das ist meine Richtung, ja, also da sitzt ja bei dir, ich darf nicht sagen im Bayerischen, aber im Fränkischen sitzt ja zum Beispiel ein Kollege, der ein ganz klares Statement rausgibt und sagt, wir machen nur mit ordentlich Volumenprozente und wir machen nur mit Torf was, um uns abzugrenzen. Ich denke, den Entwicklungsprozess, den müssen wir ja erst noch durchleben und uns fehlen da noch ein, zwei, hundert Jahre, bis sich das wirklich so separieren kann. Ja, absolut. Also bin ich voll bei dir. Das ist eben etwas, es könnte ja nach einiger Zeit, die vielleicht nur ins Land geht, auch rauskommen, dass Deutschland nicht unbedingt in Regionen unterteilt werden muss oder kann, sondern dass unser Markenzeichen, was sich ja jetzt schon ein bisschen abzeichnet, eine unglaubliche Vielfalt ist. Eine immer sich erneuernde Innovationskraft, weil wir eben gerne mit verschiedensten Rohstoffen experimentieren und dass Deutschland vielleicht als Whisky-Nation wirklich so ein Hort immer neuer Sorten und Stilen und Arten wird, vielleicht ist das das mal. Und man unterteilt sich nicht in, keine Ahnung, Bavarian und Swabian und was weiß ich noch alles, sondern eben eher darin, dass man immer wieder neue Sachen bringt. Wäre auch cool. Aber ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Zeit, um zu sehen, wo sich das hin entwickelt. Ich denke ja tatsächlich auch, wir haben grundsätzlich mal ein Problem, weil wenn sich jetzt ein Chinese, ein Japaner, ein Australier den Whisky eben packt, für den ist wahrscheinlich Bavarian Whisky automatisch deutscher Whisky, weil wir kennen uns ja eh alle, weil wir ja eh alle in der Lederhose rumspringen den ganzen Tag, Brezel essen und Bier trinken. Sauerkraut hast du vergessen. Genau, Sauerkraut essen. Und wir wohnen alle auf Neuschwanstein. Und fahren mit 280 mit der Porsche über Autobahn, ja. Mit dem Hult, mit dem Fendt. Und was soll so jemand jetzt mit Schwaben, mit dem Harz oder mit Franken anfangen? Ja, die können ja mit den Regionen auch gar nichts anfangen. Ich persönlich gehe im Moment meinen Weg. Da mag mich jetzt auch jemand korrigieren oder sagen, nee, das passt nicht. Aber ich finde, unterschiedlich sind wir vor allem, wenn ich den Output betrachte. Ich finde in vielen kleinen Brennereien sehr viele spannende Sachen, weil dort noch, ja, wie du vorhin gesagt hast, ein bisschen experimentiert wird. Bei den Großen geht es dann schon Richtung Industrialisierung, ja. Wir sprechen dann schon einfach von gleichbleibender Qualität über sehr lange Zeit. Auch das ist natürlich ein ganz, ganz klarer Prozess. Und das muss es ja so auch geben. Aber es ist für mich spannend, an den Outputs den Unterschied für mich festzumachen. Geschmacklich haben wir natürlich auch schon ein paar, die sagen, okay, ich gehe straight diesen Weg, straight diesen Weg. Und ich finde aber auch spannend, dass wir Brennereien haben, die so vielfältig, wie die Whisky-Welt allgemein ist, auch so vielfältig produzieren und sich nach wie vor immer wieder neu erfinden. Zwar mit einem Brennereicharakter, der erkennbar ist, aber trotzdem schmeckt vieles sehr unterschiedlich. Und deshalb finde ich auch euer Projekt, da hast du mir jetzt eine Frage vorweggenommen. Euer Projekt Malls of Germany, mega interessant. Ich fand das Kick-Off-Tasting, das ihr für die Fachwelt und die Blogger und Blogger und so unternommen habt, fand ich mega interessant. Es war auch interessant, wie unterschiedlich die Whiskys dann untereinander wiederum waren. Und ich habe dort beim Kick-Off-Tasting schon kein Geheimnis draus gemacht und kann das auch gerne hier nochmal sagen. Das Downwood war für mich der Gewinner des Abends, den fand ich mega komplex und mega lecker. Auch hier nochmal meinen Respekt und wenn sich jemand einen Malls of Germany kaufen möchte, werde ich im Moment zumindest von den aktuellen Abfüllungen immer in die Richtung Stonewood tendieren und sagen, hier probieren wir das, der ist schön komplex, der hat von allem ein bisschen was, der hat auch einen ordentlichen Tiefgang und das fand ich zum Beispiel wiederum sehr interessant gegenüber anderen Kollegen, die vielleicht sogar schon ein bisschen mehr Output haben und dann kommen wir vielleicht in diese Richtung, die ich gerade vorher gemeint habe, wo wir einen Unterschied feststellen können. Ja, ja. Also den Unterschied, auf der einen Seite natürlich den Unterschied, aber gerade, wenn wir wieder bei dem Beispiel Malls of Germany bleiben, die Unterschiede zu sehen, muss natürlich sein, weil alles gleich schmecken würde und ein Einheitsbrei wäre ja schlimm, aber die Unterschiede zu sehen, das ist das, wo wir uns jetzt bei Malls of Germany auch bemühen, wenn man so eine Range erstellt, dann müssen die ja unterschiedlich schmecken, sonst wäre es ja langweilig, aber sie müssen auch zusammenpassen. Wenn wir jetzt so eine Reihe von, in diesem Fall fünf Whiskys stellen, dann haben wir schon versucht, eine Reihe von Whiskys zu finden, die gut zusammenpassen. Da wird natürlich der ein oder andere dabei sein, wo man sagt, das entspricht mir jetzt mehr, das ehrt mich auch an dieser Stelle, dass das jetzt bei dir so ist, Marc, Dankeschön. Aber es ist eine Mannschaft in dem Moment und da ist es wichtig, wenn die gut miteinander harmonieren und ich glaube, dass die Kette in der Verkostung auch ganz gut war, diese Whiskys in der Harmonie zueinander und trotzdem in den Unterschieden. Genau, und ansonsten, klar, wir haben ein bisschen gewonnen in der Reihe, weil wir standen hinten mit der Aufgabe auch, bringen was Kräftiges daher. Also so haben wir untereinander auch gesprochen, was bringen wir denn alles und da durfte ich natürlich wieder mal mit einer Fassstärke kommen und dann dementsprechend was Komplexes da haben wir eine gute Position gehabt in der Form. Muss vielleicht hier auch noch mal ganz kurz die Lanze natürlich für die anderen Kollegen brechen. Ich habe nicht gesagt, dass deiner der einzig, oder meinte nicht, dass deiner der einzig Gute war, aber deiner war der Beste für mich an diesem Abend. Ich wurde diplomatisch leider, wo wir sagen, deiner war auf jeden Fall eine Top 5. So kann man es auch sagen. Ja, Top 5. Ja, klar, also diese Whiskys haben alle ihre Berechtigung. Man ist, wie gesagt, bei uns, wenn man die Aufgabenstellung hat, bring was Volles und das gelingt dann auch, dann kommt man dabei gut weg. Aber die anderen vier haben auch natürlich ihre Berechtigung gehabt und haben teilweise ein bisschen in andere Richtungen gezielt, was jetzt Würze oder Fruchtigkeit oder solche Dinge betrifft, waren auch dann keine Fassstärken. Und da haben wir gerade schon drüber gesprochen, und da bist du als Fassstärke sowieso immer ein bisschen vorne dran. Das kann man dann gar nicht so gut vergleichen. Aber wie gesagt, also ich glaube, es ist der Start, ja, ist ganz gut gelungen. Da sind wir ganz froh drüber. Und da müssen wir mal sehen, wo sich das mit Mords of Germany hin entwickelt und ob wir vielleicht noch ein bisschen größere Community unter dieser Dachmarke auch zusammenkriegen. Das wird noch spannend werden. Eine letzte Frage hatte ich. Bisher, wir haben uns das letzte Mal auf Burg Schaffenstein gesehen bei der zweiten Deutsche Whisky Festival. Der dritte Deutsche Whisky Festival findet bei dir zu Hause statt, in deiner eigenen Brennerei. Das ist ein Wagnis und eine Herausforderung dann da. Ja. Einfach von Größe her, oder? Ja, stimmt. Wir wären auch bislang gar nicht in der Lage gewesen, das platzmäßig zu stemmen. Wir haben aber jetzt ein Anwesen erworben neben der Brennerei. Das war so ein früher so ein kirchliches Veranstaltungshaus und das wollte die katholische Kirche immer loswerden. Wir sind da Katholiken und nah dran und immer Kunden, wenn die was verkaufen wollen, dann steht der Schrammel da und nimmt das ab. Und jetzt haben wir irgendwie, sind wir da so ein bisschen reingerutscht, weil halt neue Locations gesucht wurden und für mich war es ganz gut, das ganze Projekt, das Veranstaltungshaus, das wir für unsere Brennerei jetzt erstmal bauen wollen, nicht allein nur für die Messe, sondern für uns erstmal. Das war durch die ganzen Corona-Krisen und Materialkrisen. Das Projekt läuft jetzt schon seit vier Jahren und ist teilweise stehen geblieben und ich bin ehrlich gesagt ganz froh, mittlerweile eine Deadline zu haben, weil ich sage, jawohl, jetzt ist Messe nächstes Jahr bei uns. Das Ding muss fertig werden und wir werden eine schöne Location zimmern wir jetzt zusammen, wo wir nächstes Jahr das Festival des Deutschen Whiskys bei uns haben. Roundabout 30 Destillerien, schätze ich mal, wieder aus Deutschland, die sich da vorstellen. Datum wird sein 3. und 4. Mai. Das ist noch nicht offiziell bekannt, aber das wird es wohl werden. Da wird natürlich jetzt ab Herbst werden wir darüber informieren, also die Planungen sind im vollen Gange und dann werden wir sehen, dass wir da wieder einen Schritt nach vorne machen. Das zweite Festival war schon, was Besucherzahlen und Resonanz betrifft, ein Fortschritt gegenüber dem ersten und jetzt wollen wir natürlich auch nochmal ein kleines Schippchen drauflegen, bevor dann das Festival weiterziehen wird, denn ich denke, es ist schon das Ziel, also Bernd Ebrecht und Burg Scharfenstein sind ja eigentlich eingesprungen beim zweiten Mal, weil es nicht gelungen ist, eine neue Location zu finden. Das Ziel ist es schon, das Ding jetzt reihum wandern zu lassen, sodass man sozusagen auch durch das deutsche Whiskyland mit der Messe irgendwie wandert. Genau. Also dritter und vierter, fünfter, guter Tipp für alle Whisky-Fans, Festival des deutschen Whiskys in Erbendorf in der nordöstlichen Oberpfalz. Gregor, nachdem wir jetzt schon fast in bester ZDF und Thomas Gottschalk Manier mal wieder überziehen, Jason und ich setzen uns immer ein Ziel, das wir höchst selten erreichen, liegt aber nicht daran, dass wir uns selber gern sprechen hören, sondern dass wir natürlich unseren Gästen immer so viel Raum wie möglich geben wollen und ich hätte zum Abschluss trotzdem noch eine vielleicht etwas provokante Frage. Wenn ich jetzt beim Whisky-Festival auf der Burg Scharfenstein war, einmal, zweimal, was soll mich denn jetzt ins nicht gerade zentral gelegene Erbendorf führen? Warum fahre ich dorthin? Nicht auf dich bezogen, sondern allgemein auf den deutschen Whisky bezogen. ist es sinnvoll, eine Messe mit nur in Anführungszeichen deutschem Whisky zu haben? Ist das so interessant wie eine internationale Messe und wenn ja, warum? Es ist so interessant wie eine internationale Messe, würde ich sagen, es ist aber anders. Also das ist jetzt schwer vergleichbar, weil man, wenn man an deutschem Whisky interessiert ist, natürlich schon die Vielfalt erlebt, aber wenn man vielleicht bei dem Thema schon ein bisschen dabei ist, vor allem dann wird man sehen können, die Gesamtentwicklung, wo die hingeht mit dem deutschen Whisky. Also da wird sich mehr und mehr eine große Anzahl konsolidieren an sehr interessanten, aber auch wirklich ausgereiften Whiskys. Also das heißt, es wird immer eine immer stabilere Masse von wirklich guten, komplexen, tiefen, ausgereiften, professionellen Whiskys da sein und man wird mit jeder Whisky-Messe, die man besucht, glaube ich, erkennen können, dass da in der Breite richtig geile Sachen einfach wachsen und das macht so eine Whisky-Messe sehr interessant, dass man dann die Entwicklung des Whisky-Landes Deutschland auf der Produzentenseite sehr, sehr gut verfolgen kann und für den, der jetzt neu einsteigt, ist es einfach interessant, überhaupt zu sehen, was es in Deutschland alles gibt. Nebenbei natürlich eine deutsche Brennerei zu sehen, weil das ist ja immer der Neben-Benefit von so einem Location-Wechsel, dass man sieht, ah ja, jetzt sind wir hier mal in Erbendorf und sehen mal, was es hier alles so gibt und wie die Brennerei hier, wie die Location aussieht und wie gesagt, das, was ich gerade sagte, die Gesamtentwicklung kann man gut verfolgen. Das ist das, was ich an Feedback auch ganz mir stark gemerkt habe, auch jetzt in Scharfenstein, den Unterschied zum ersten Festival schon zu sehen, was die einzelnen Aussteller betrifft. wo sie sich hin entwickeln. Das hat vielen gefallen. Ja, zum Glück gefallen. Nicht nicht gefallen, sondern sie fanden es cool. Also sind wir irgendwo auf dem Weg zumindest in die richtige Richtung. Jason, Mic Drop würde ich sagen, oder? Nuffset, wie man das jetzt auch immer in Englisch, Denglisch, Neudeutsch ausdrücken möchte. Ich finde, wir haben heute wieder einen Meilenstein gesetzt für den deutschen Whisky. Von meiner Seite aus, lieber Gregor, bleib dir nur ganz recht herzlichen Dank zu sagen. Es war super interessant, wie du hören und sehen konntest, waren wir interessiert. Wir haben dir gelauscht. Ich hoffe, unsere Podcast-Zuhörer haben das auch und ich freue mich schon auf deinen Besuch irgendwann in der Zukunft hier bei uns, bei Made in Germany, dem Whisky-Podcast. Vielen Dank von meiner Seite. Danke auch. War mir eine große Freude. Hat wirklich Spaß gemacht, mit euch zu plauschen und zu reden. Ich könnte irgendwie, glaube ich, sogar noch weitermachen, aber man muss ja irgendwann aufhören. War mir eine Freude und eine Ehre. Dankeschön. Super. Jetzt hören wir ein bisschen Werbung und dann kommen wir gleich hier zurück. In einer herrlichen Umgebung und traumhaften historischen Ambiente entstand die Whisky-Weltburg Scharfenstein im Herzen Deutschlands mitten in Thüringen. Im Jahr 1209 wurde unsere Burg erstmalig urkundlich erwähnt und im Oktober 2018 nach liebevoller Sanierung eröffnet. Besuchen Sie uns doch mal, entweder zu einer geführten Tour oder zu einem unserer Tastings im Gewölbekeller. Sie können aber auch gerne die Whisky-Welt auf eigene Faust erkunden und sich von der Vielzahl und Geschmack unserer edlen Brände überraschen lassen. In den Sommermonaten gehen wir mit ein paar Whiskys im Gepäck auch auf Wanderschaft rund um die Burg Scharfenstein. Wir freuen uns auf euch. Bis bald. Ja Jason, auch an dieser Stelle würde ich sagen, vielen herzlichen Dank an unsere Freunde von der Burg Scharfenstein für die Unterstützung. Das freut uns natürlich, durch so einen Podcast braucht er doch auch den ein oder anderen Euro, um bestehen zu können und vielen Dank für die Unterstützung von unserer Seite. War es nicht wieder wahnsinnig interessant? Also ich hätte mit Gregor heute extrem lang weiterreden können, aber wir brauchen ja noch Material für eine zweite Episode und wir wollen ja auch noch andere Menschen einladen, wie zum Beispiel dann nächsten Monat. Genau, im Oktober haben wir Achim Merz hier vom Heiligen Bergfeld, eine eigene Brennerei und wir werden da über das Leben von einem wirklich ein Quereinsteiger reden und über seine interessanten Single-Cast-Abbildungen, die er nach Deutschland hier bringt, die wir auch heute in unserer neuen Abbildungen für Deutschland gehört haben. Absolut und wer die Communities verfolgt, dort wird dieses Zeug ja als absoluter Insider und Geheimtipp gehandelt. Ich bin gespannt drauf und bis dorthin würde es uns freuen, wenn ihr uns natürlich weiterhin unterstützt, erzählt euren Freunden, euren Bekannten von uns, liked uns, abonniert uns, alles was uns in irgendeiner Form weiterhilft, dass wir euch weiterhin die News so aktuell bringen können und natürlich so interessante Gäste wie heute. Uns würde es freuen, wenn ihr nächsten Monat wieder einschaltet, hier bei uns bei Made in Germany, der Whisky Podcast. Vielen Dank für alle Leute, die zwei Jahre lang schon uns zugehört haben und vielen Dank an Mark an dieser Stelle, dass wir das schon 24 Folgen lang hier machen könnten. Absolut, ich danke dir und ich freue mich auf die nächsten, sind wir mal Kleinstabler, nicht Hochstapler, die nächsten zwei Jahre. Super, bye bye. Tschüss. Tschüss.